Ganz unauffällig schleichen wir uns weiter durch das Gebäude der Silph Corporation auf der Suche nach dem Team Rocket Boss. Naja, eigentlich weiß ich ja schon längst, wo er ist. Wir müssen nur noch hier lang und schon haben ihn gefunden, doch es gibt hier ja noch einiges zu sehen, einiges mitzunehmen und einige Rocket Rüppel, die auf ihre Abreibung warten. Und was hat dieser Mitarbeiter uns mitzutellen? Boah, du bist kein Rocket. Kommst du, um uns zu retten? Klasse, vielen Dank. In dieses Pokémon als Dankeschön. Oh, ein Geschenk des Lapras, wunderschön. Leider ist in meinem Team kein Platz, aber ich nehme es dankend an. Es ist hier gut Platz für das Pokémon. Lapras wurde mittels PC in Pokémon Box 1 transferiert. Ja, wunderbar. Ne, Black and White? Schau dir mal was davon ab. Es heißt, Lapras ist sehr intelligent. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt, aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du willst Lapras sicher ein guter Trainer sein. Es ist ein guter Schwimmer und kann nicht übers Wasser tragen. Ja, das kann mein Turtok auch. Apropos Turtok. Der ist aber noch so ein bisschen tot. Da muss ich mal was gegen machen. Also nochmal schnell zurück. Begeben wir uns mal wieder in Hildes Bettchen. Ich nenne sie jetzt einfach Hilde. Keine Ahnung, wie das Mädel heißt. Du arbeitst hier, du hilfst mir. Ah, aber ich vermisse den Dün-Dün-Dün-Dün-Dün-Ton. Irgendwie kommt mir das so vor, als wären meine Pokémon gar nicht wirklich geheilt. Da fehlt einfach was. Und ich würde sagen, ich fange jetzt bei Etage 1 an und arbeite mich langsam nach oben und besiege alle Rocketrüppel. Habe ich dich schon besiegt? Hör dich auf uns zu nerven! Ich bin noch lange nicht fertig. Noch lange, lange, lange nicht. Und du hast Radikal immer wieder gerne gesehen bei Team Rocket. Sochi, wenn das so weitergeht, können wir bald mal zum ersten Mal richtig kämpfen mit dir. Darauf freue ich mich schon. Bis dahin wird Juwe übernehmen. Wackel, wackel, wackel. Da sinkt die Verteidigung, aber das macht gar nichts, wenn wir schnell Radikal besiegen und dann wechseln. Da muss es sich auch gar nicht so aufpumpen. Hypno, oh, dann bleibe ich doch bei Juwe. Hypnos Normalverteidigung ist ja nicht gerade die beste. Da könnte einmal fliegen vielleicht schon reichen. Naja. Ich verschätze mich auch mal ein bisschen. Und der Flügelschlag ist blockiert, das macht nichts. Ich kann ja noch fliegen. Wuhu! Auch wenn es ziemlich schwer ist, durch die Silphro durchzumanövrieren. Alles ein bisschen eng eingerichtet. Aber das kriegen wir hin. Und Radikal, wen nehme ich da? Ich nehme... Ja, ich nehme Alzastin. Oder nee, ich nehme Keiji. Ach Keiji, das tut mir so leid, dass du im letzten Video besiegt wurdest. Das sollte einfach nicht sein. Da habe ich einfach zugelassen, dass mein geliebtes Start-Pokémon besiegt wurde. Dafür gelasse ich jetzt meine Wut an diesem Rügel raus. Oh, ich gebe auf. Bitte. Tut mir nicht weh. Ich gebe dir alles. Ich gebe dir meine schicke Uniform. Na? Oder einen Tipp? Brauchst du einen Tipp? Du brauchst einen Türöffner. Ja, den habe ich schon. Dein Tipp kommt ein bisschen zu spät. Und du siehst nett aus. Ich arbeite für die Silphco. Was soll ich bloß machen? Was soll ich bloß machen? Ich bin so planlos. Ich könnte die Polizei anrufen. Aber ich habe viel zu viel Angst, den Hörer anzufassen. Oh mein Gott. Ja, jetzt musste der auch keine Sorgen machen. Denn ich bin ja jetzt hier. Der 10-jährige Junge aus Alabastia. Und wo geht es da lang? Ich will es gar nicht wissen. Ich muss die Teleporter eigentlich gar nicht benutzen. Es gibt nur einen Teleporter, der wirklich wichtig für mich ist. Und das ist der, der zum Team Rocket Boss und zum Chef der Silphco führt. Leider wird ja auch nicht angezeigt, auf welcher Etage ich gerade bin. Das wird es um einiges leichter machen, hier durchzumanövrieren. Ich glaube, auf Etage 1 habe ich aber schon alle besiegt. Wenn ich mich richtig erinnere, war es nur ihr drei hier? Oder war hier hinten noch jemand, den ich übersehen habe? Oh, das sind verschlossene Türen. Und ich wette, du bist böse. Du hast dich den Schienen Rocket angeschlossen. Hilfe! Ich bin der Mitarbeiter der Silphco. Ja, von wegen. Und warum greifst du mich dann hinter Rücks an? Da zieht da noch eine Riesenshow ab, der Typ. Mein Gott. Slimeh. Ich finde es ja widerlich, dass manche Leute einfach ihre eigenen Fäkalien als Pokémon einsetzen. Das muss doch wirklich nicht sein. Zastin, kümmere dich darum. Okay, die Psychokinese brauche ich auch gar nicht. Mir reicht die Konfusion. Und Chi steigt auf. Und was lernen wir auf Level 20? Na, na, na. Mega-Hieb. Er ist mega. Und ein Hieb. Smog-Mog. Oh, das stinkt auf einmal. Hallo. Kannst du auch die wunderbare Tackle-Attacke? Du wirst leider nicht dazu kommen, sie einzusetzen. Und nochmal Smog-On. Warum hast du Smog-On nicht zuerst eingesetzt? Sollte man sich seine stärksten Pokémon nicht mehr so für das Ende des Kampfes aufheben? Ja, jetzt ist das mit dem Blockieren auch egal. Und nochmal Smog-Mog. Oh man, wenn Mew nur schon irgendwie wenigstens Konfusionen könnte, dann könnten wir ja irgendwie mit ihrem kämpfen. Oder ihr, mit ihr. Ist ja ein Weibchen, meiner Meinung nach. Mein Mew ist ein Weibchen und ich bleibe immer dabei. Woher wusstest du, dass ich zum Team Rocket gehöre? Nun, du hast mich angegriffen. Wie wär's damit? Ich bin ein Spion und infiltriere die Self-Co. Oh man, immer diese ganzen Spione. Und alle sehen sie gleich aus. Brillenträger mit Kittel. Bingo! Eine weitere Tür geht auf. Und wer versteckt sich denn da an der Ecke? Zur Hilfe! Nein! Bitte nicht! Reiß mir nicht die Klawatten weg! Oh, Moment! Du bist gar nicht von Team Rocket! Ich dachte schon, es ginge zu Ende! Nimm das hier! Oh, cool, eine TM! Was haben wir denn da Schönes? Ist das etwas Gutes, was ich Mewball bringen kann? Was eigentlich die M18 sind? Konter! Nee, danke an Konter. Besteht kein Bedarf. Und 36 ist... Finale! Genau! Mew lernt mal fett Explosion! Ja, nicht Explosion, sondern Finale. Das ist ja beides im Grunde dasselbe. Nur das eine ist ein bisschen stärker als das andere. Dann habe ich wohl alles auf der ersten Etage geschafft. Steigen wir weiter hoch und gucken, wer hier noch wartet auf uns. Hier müsste ich eigentlich schon alle besiegt haben, die ich besiegen kann. Also gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ah, hier sieht es doch noch relativ neu aus und unbesucht. Wir laufen um den Tisch und hier steht ein Rocket. Ein Dringeling gesichtet! Fahre Torpedos aus! Niiiit! Torpedo ist stecken geblieben. Greife zu Ersatzwaffe. Pokémon Kampf los! Rettan! Mein geliebtes Gift-Pokémon. Weil Team Rocket sich nichts besseres leisten kann. Und wollen wir mal schauen, ob Mew dir einen fetten Mega-Hieb verpassen kann. Nein! Ist klar. Ist klar, jetzt kommt der Volltreffer, ne? Jetzt treffe ich wenigstens mal. Piu! Verteidigung singend. Dann bin ich lieber ein bisschen vorsichtig. Ich habe schließlich keine Bleber dabei. Denn ich habe sie ja schließlich doch abgelegt. Was ich vergessen hatte. Weil ich noch so dachte, oh, ich brauche ja keine Bleber. Das ist ja alles so easy hier. Wenigstens kann ich nicht noch zusätzlich vergiftet werden. Zubat, ja, ich wechsle jetzt doch. Das mit der Paralyse, das dauert mir dann einfach zu lange. Kagami, dein Einsatz. Auch du musst noch weitere Erfahrungspunkte sammeln. Damit du mal groß und stark wirst. Und es eventuell mit Lorelei von den Top 4 aufnehmen kannst. Gerade dafür brauchen wir ein starkes Elektro-Pokémon in unserem Team. Tragosso! Oh, wie wäre es mit Tragosso gegen Tragosso? Hm, ist glaube ich keiner so gut, die Idee. Nein, allerdings nicht. Ja, nehmen wir... Nehmen wir Keiji. Keiji spült es einfach eben weg. Und wir können weitergehen. Zergus, dann fand ich einen Blubstrahl! Tschuiu, tschuiu, tschuiu! Wer oder was bist du? Ich bin der Nachtwächter. Nein, Quatsch! Ich bin ein zehnjähriger alter Trainer! Ihr seid machtlos gegen zehnjährige Trainer! Ich muss den Boss im zehnten Stock warnen! Ich muss ihn warnen, aber ich bleibe lieber hier stehen und gucke mir den Tisch an. Hm, wundervoller Tisch. Ist das Eiche? Nein, ist es nicht. Ich weiß nicht, was für ein Holz das ist. Was fragst du mich? Ich bin doch kein Holzexperte. Und wo sind eigentlich die anderen berüchtigten Rocket-Brüder? Bist du einer der viel berüchtigten Rocket-Brüder? Das Team Rocket hat die Kontrolle über Silph-Core übernommen! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen! Und ich kämpfe gegen dich! Macholo! Wow, du hast kein Gift-Pokémon! Äh, ja, Karami. Ich bekomme irgendwie keine günstige Situation, um Yuki zu trainieren. Das muss ich dann nochmal irgendwo anders machen, wo die Pokémon nicht ganz so stark sind. Wenigstens Karami steigt auf. Super! Und der Ruck-Zuck-Lieb! Ma? Kann ja immer mal praktisch sein. Und Traumato ist natürlich auch kein Problem. Rums, rums, rums! Da kommt der Donnerblitz! Jetzt blockiere bitte nicht meinen Donnerblitz. Okay, es war der Ruck-Zuck-Keep. Wie gut, dass ich gerade den Ruck-Zuck-Keep erlernt habe. Vielleicht wäre stattdessen sonst mein Donnerblitz... ...paralysiert gewesen. Was heißt paralysiert? Ausgesetzt. Blockiert. Whatever. Bist du ein Pirat? Na, bist du ein Pirat? Piraten sind dieses Jahr in... Auf diesen Moment hat der Boss sehr lange gewartet. Ja, wunderbar. Und was haben wir denn da oben? Einen weiteren Spion? Oh ja, er schaut mich schon so böse an. Er ist ein Spion. Meine Pokémon erwarten dich! Ich hab sie wunderbar trainiert. Und sie sind bereit zum Einsatz. Sieh sie sich ja an. Ich bin kein verrückter Wissenschaftler. Denke bloß nicht falsch über mich. Hier, ich habe diesen Elektroball. Fass es nicht an. Es könnte in die Luft gehen. Okay, dann sind wir lieber... ...ganz vorsichtig. So, und ich nehme lieber Keiji. Im Falle einer Explosion überlebt er noch am ersten. Und jetzt explodieren wir. Ja, machen wir Schaufler. Ja, Elektroball ist ja viel schneller. Und jetzt explodiere. Schade, das wäre... ...so cool gewesen. und sie steckt wieder auf wunderbar doch ich glaube ich bringe dir demnächst mal per tm psychokinese war was da noch los levelanstieg tag forscher besiegt du schwächliches pokémon ich bin hier gefangen gewesen und ich habe angst die teleporter zu benutzen ja die leute hier sind alle so ein bisschen crazy und oha was denn hier der geheime lagerraum hey da ich die silvco schon rette kann ich mich ja auch ein bisschen an ihren waren bedienen haben sie sicher nichts gegen vor allem der leber kommt wie gerufen im moment brauche ich nicht aber man weiß ja nie wann mal ein pokémon wieder kauf geht siehst du nicht dass ich hierhin pinkel dass dass ich mich verstecke doch ich habe schon gesehen dass du dich versteckst man könnte aber auch mein du hast etwas anderes dort gemacht jetzt haben auch hier wieder alles abgegrast das war jetzt etage drei oder vier ich meine vier oh das geile dokument haben wir ja schon gelesen den haben auch schon besiegt genau denn hier haben wir ja den tür öffner gefunden der poll über pokémon vier pokémon wickeln sich nur beim tausch über link kabel weiter blub 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 ist uns bekannt was steht hier eine studie über pokémon es gibt mehr als 160 pokémon kampftechniken wow und das habt ihr ganz alleine herausgefunden oder habt ihr dafür den spielberater geguckt ein artikel über pokémon polygon pokémon erzeugt virtuelles pokémon it's virtual was wer hat denn das kind reingelassen und was machst du hier warum ist hier ein jongleur ich checks nicht arbeiten die zur belustigung der mitarbeiter hier oder warum ja stellt eure these dazu auf warum sind bei self corporation jongleure ich warte auf eure antwort sehnsüchtig sogar jetzt muss der kampf wieder fix gehen die zeit ist nämlich wieder fast vorbei ja teleportiere dich ruhig aus dem kampf heraus ist wird nicht funktionieren da hat wohl jemand seinem kann gar war was ich kann gar mal kann gar mal kann gar aber ja da hat er sein kann aber keine neuner tag mal gemacht und jetzt kommt auch panty mors seht her es ist es vater naja nicht wirklich aber sein ersatz vater könnte man sagen und wie sieht das jetzt eigentlich aus hat panty muss vier finger oder fünf finger und warum stelle ich so viele fragen obwohl ich keine zeit mehr habe nein verdammt bis zum nächsten mal